Klima Bündnis Lützebursch. 37 Gemengen an zwei UNG-en, die klimabewusst und klimagerecht handeln. Am Kader von einem von unseren Feierentwicklungsprojekten am Süden, zugunsten vom Klima, wird auch ein Visit vom Sieger mit der indischen Shintan-Organisation stattfand. Ich ging so, dass wir ein Drittel Entzweichung machen und zwei Drittel Recycling an auch die einzelnen Kollekten an unseren Gemengen organisieren. Shintan stärkt an Indien-Traststoffe-Müllsammler, die durch das Recycling-Lehren auch Klima schützen. Shintan benutzt Waste, um die Poverty-Krise zu kämpfen, indem sie Jobs für Wastepicker und mit Wastepicker. In Indien ist das System anders. Leute wie ich, die wirklich hart zu kämpfen, um das Recht zu recyceln, Waste zu recyceln. Die Klima-Bündnis-Gemengen sind Vierreiterin, weil sie hilft denen, die alle Gute nur an den Klimapack kommen, und sie sind nicht nur eines Reduktionsziele gesehen, an hier Regenaufgaben, weil sie stehen mehr als hier Aufgaben holen, die die globale Volumen dran zuhören, in den Gedanken, dass wir auf einem engen Planeten leben, dass es ein gemeinsamer Lebensraum ist. Buy one thing less and share one thing more. Thank you. Mehr Info zu diesem Thema von der Obklimabündnis.lu Klimabündnis Lützebursch. Konkret. Aktiv. Allo.